Im wohl besten WM-Finale aller Zeiten trennten sich Argentinien und Frankreich mit 3 zu 3 nach 120 Minuten mit dem besseren Ende für die Argentinier um Lionel Messi im Elfmeterschießen. Das ganze Spiel werde ich jetzt mal so ein bisschen taktisch analysieren, weil es echt interessant war, vor allem von den Argentiniern, aber dann eben auch von den Franzosen, die dann nochmal ins Spiel zurückkamen. Betrachten wir zunächst einmal die Formationen, dann haben wir hier bei Frankreich eigentlich die Aufstellung wie immer, ein 4-2-3-1 bzw. 4-3-3, so haben sie in jedem Spiel gespielt mit dem gleichen Personal und der gleichen Herangehensweise und das 4-2-3-1 ändert sich so ein bisschen mit Grießmann in einem 4-3-3, der sich oftmals fallen lässt, um dem Aufbauspiel zu helfen oder dann eben gegen den Ball lässt er sich oft hier reinfallen und dann wird das Ganze so zu einem 4-4-2, wenn sich Dembélé auffallen lässt und das ist dann eben die Defensivformation. Aber auch mit dem Ball ändert sich das System so ein bisschen, denn mit Theo Hernandez hat man einen offensiven Ausverteidiger, der dann oft aufschiebt und links die Breite des Spiels hält. Dann kann eben Mbappé nach innen ziehen und rechts hält aber Dembélé als Flügelspieler die Breite. Koundé als gelernter Innenverteidiger, der halt als Rechtsverteidiger spielt, der bildet dann mit den anderen Innenverteidiger quasi so eine Dreierkette und dann spielt man im Ballbesitz eigentlich, vor allem wenn der Ballbesitz hoch ist, eigentlich immer eine Dreierkette hinten. Auch Argentinien ist sich treu geblieben, denn die haben wirklich für jedes Spiel die Herangehensweise geändert, haben oft das System gewechselt, mal 4-3-3, mal 4-4-2, mal mit Dreierkette und auch für das Finale hat Scaloni die Taktik geändert und eben an den Gegner angepasst. Im Halbfinale hat nämlich noch Paredes anstelle von Di Maria gespielt und dann hatte man halt eben ein 4-4-2 bestehend aus vier zentralen Mittelfeldspielern, was halt im Vergleich zum 4-3-3 mit Di Maria doch deutlich defensiver ist. Also für das Finale geht Paredes raus, Di Maria kommt rein, geht auf den linken Flügel und man hat ein Dreiermittelfeld mit Fernandes als Sechser und McAllister und De Paul als die Achter in dem 4-3-3. Und die Variante mit Di Maria war halt extrem unerwartet, der hat eben in der K.O.-Phase eigentlich keine Rolle bis jetzt gespielt, weil er glaube ich mit Verletzungen zu kämpfen hatte, hatte extrem wenig Spielzeit, aber wenn er drin war, war er immer gefährlich und ja, es war überraschend, dass er in der Startelf steht und vor allem überraschend war, dass er da nicht rechts gespielt hat, mit dem haben eigentlich alle gerechnet, weil das eigentlich so schon seine Lieblingsposition ist, dass er dann nach innen ziehen kann mit seinem steigenden linken Fuß, aber er wurde bewusst auf links gestellt und wie gut es sich ausgezahlt hat, zeigt sich auch dann in den Final Third Entries. Das zeigt halt eben, wo man in das letzte Drittel eingetreten ist quasi, also über welche Seite man bevorzugt gespielt hat und bei Argentinien war das halt vor allem die linke Seite, wie man hier sehen kann, da ist man 13 Mal über in das gegnerische letzte Drittel eingedrungen. Gehen wir kurz noch die verschiedenen Spielphasen bei Argentinien durch. Hat man das Spiel hinten aufgebaut, sind die Außenverteidiger aufgeschoben, auf Höhe von Fernandes, dem Sechser, dann hatte man davor die zwei Achter und vorne war es dann eben so, dass Messi hier als Zehner reingerückt ist, Alvarez ist rechts raus und die Maria hier links und so hatte man dann quasi ein 2-3, 2-1-2 und Messi war da halt vor allem hilfreich, der sich oft fallen lassen konnte und dem Spielaufbau dann eben helfen konnte. Hat man den Ball verloren, wenn Frankreich also den Ball hatte, stand man meist in einem 4-3-3, wie es halt eben so ist, die Achter lassen sich fallen und ja, Alvarez zentral, Messi rechts, die Maria links und je nachdem nach Dauer, wie lange Frankreich den Ball hatte, hat sich auch mal die Maria reinfallen lassen, sodass man dann ein 4-4-2 hatte. Die Offensive-Formation von Argentinien sah dann wie folgt aus und da war dann vor allem die Maria spielentscheidend auf dem linken Flügel ganz weit draußen, aber da werde ich gleich auch noch näher drauf eingehen. Argentinien hat dann halt eben von der ersten Minute an das Spiel in die Hand genommen und wirklich aktiv agiert. Sie wussten, dass sie hinten auf jeden Fall verletzlich sind, wollten aber durch eigenen Ballbesitz und einen klaren Plan nach vorne so wenig wie möglich defensiv zulassen. Kommen wir jetzt also zu dem entscheidenden Faktor des Spiels zumindest zu Beginn und das war halt eben die Maria und wie er eingesetzt wurde. Wir sehen hier die Viererkette Frankreichs und die Offensive-Formation von Argentinien. Messi im rechten Halbraum, mehr oder weniger Alvarez zentral, McAllister, der dann eben in den linken Halbraum aufrückt und ganz außen wirklich an der Außenlinie kleben die Maria. Und da er so weit außen war, hat er da auch extrem viele Bälle erhalten. Argentinien hat viele Seitenwechsel von rechts hoch und lang auf ihn gespielt. Und wieso konnte der immer drankommen? Weil Dembélé halt meistens noch vorne war und Koundé war halt hinten oft noch in einer Dreierkette, wo halt Theo Hernandez links noch vorne war und dann konnte er eigentlich nicht nach außen zu die Maria rücken, weil dann halt eben McAllister in seinen Raum reinstößt und vorne wurden ja Varane von Alvarez und Upamecano schon von Messi gebunden und dementsprechend würde man dann halt eben in eine Unterzahlssituation übergehen, was jetzt nicht so förderlich wäre. Dementsprechend konnte die Maria dann extrem oft ganz weit außen den Ball erhalten und dann halt eben gefährliche Situationen initiieren. Wir sehen es auch in dem Beispiel nochmal wieder. Koundé hat zwei Mann, Argentinien spielt von hinten einen langen Ball. Dementsprechend ist halt der 4-4-2-Block noch nicht wirklich da. Also Dembélé fehlt halt defensiv und Koundé muss sich halt eben entscheiden, bleibt er bei McAllister oder geht er zu die Maria und einen Spieler lässt er dann halt so oder so definitiv frei. Und wie war das Ganze dann, wenn Frankreich tiefer stand und in ihrer 4-4-2-Ordnung war? Das sehen wir jetzt hier. Hier sehen wir eben auch die Dreierkette hinten noch. Koundé eingerückt, während Theo Hernández links noch dabei ist, nach hinten zu gehen. Also es ist eigentlich so aufgeteilt, Upamecano hat Messi, Varane hat Alvarez und Koundé hat eigentlich klar McAllister und dementsprechend hat die Maria auf außen wieder extrem viel Platz. Und es wäre dann eigentlich die Aufgabe vom Flügelspieler, also Ousmane Dembélé, nach außen zu die Maria zu gehen und ihn halt zuzustellen. Aber wir sehen jetzt eben hier die Offensivpositionierung vom Linksverteidiger Talia Fico und die ist extrem gut. Er geht nämlich von hinten nach vorne und wird dann so ein bisschen invers. Also er rückt ins Zentrum des Spielfelds und bindet dann halt eben Dembélé dort. Und so ist halt die Maria außen frei und hat keinen Gegenspieler und Raum, in den er hineinstoßen kann. Und das sehen wir dann eben auch hier. McAllister lässt den Ball klatschen auf Alvarez, der rausspielt zu die Maria. Und dann ist es halt eben Dembélé, der an ihm dran ist. Aber er ist halt eben kein gelernter Verteidiger und verursacht dementsprechend dann den Elfmeter und somit auch die Führung von Argentinien, die zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall hochverdient war, weil sie es extrem gut gemacht haben offensiv. Argentinien hat nicht etwa wie England versucht, Mbappé aus dem Spiel zu nehmen und dadurch wurde das Spiel letztendlich dann auch so offen in beide Richtungen. Und das sehen wir jetzt auch hier. Argentinien hat halt eben offensiv ihre linke Seite überladen, eben mit die Maria. Und so war dann auf der linken Seite von Frankreich, wenn sie schnell nach vorne gespielt haben, halt oft extrem viel Platz für Mbappé und Theo Hernandez. Allerdings konnte Frankreich das zunächst halt nicht ausnutzen in der ersten Halbzeit und auch im Beginn der zweiten Halbzeit. Und woran lag das? Das lag vor allem daran, dass sowohl Griezmann als auch Chouameni einen extrem schlechten Tag hatten, weil das sind so die besten Spieler von Frankreich, was progressive Pässe angeht. Also Spieler, die Pässe wirklich nach vorne spielen. Klar, sie haben auch einen Rabiot, aber der ist jetzt nicht dafür bekannt und spielt halt oft nur Querpässe und treibt das Spiel jetzt nicht nach vorne. Und dementsprechend haben sie sich extrem schwer getan, nach vorne zu kommen. Also die beiden hatten einen schlechten Tag an sich, wurden aber auch von den Argentiniern extrem gut angelaufen und gestört. Das Ganze wurde dann auch bei dem 2 zu 0 deutlich, also bei dem Tor zum 2 zu 0. Da ist es so, dass ein Ball kommt zu Upamecano, der hätte Zeit, den zu kontrollieren. Aber wir sehen halt eben an der Außenlinie, Scaloni, der Trainer von Argentinien, macht wirklich eine Ansage, dass sie Druck machen sollen auf Upamecano. Somit kann er ihn halt nicht kontrollieren und dann weiter passen, sondern er bekommt Druck, schlägt ihn lang. Dementsprechend verliert Frankreich wieder den Ball und Argentinien ist im Ballbesitz und kann halt eben nach vorne umschalten und wie sie es dann spielen, ist halt wirklich Weltklasse und besser kann man es nicht ausspielen. Und so ist dann eben das 2 zu 0 gefallen. Der Schamp hat dann eben reagiert, sie lagen 2 zu 0 hinten, aber nicht nur das, sie wurden komplett an die Wand gespielt und er hat in der 41. Minute gewechselt, also nicht auf die Halbzeit gewartet und das hat er bewusst gemacht, um halt eben ein Zeichen zu setzen, dass es so nicht weitergeht. Er bringt zum einen Colomuani für Dembélé, der es halt echt schwach gemacht hat, offensiv kein Land gesehen und defensiv halt den Elfmeter verursacht und generell er und Koundé wurden schwindlig gespielt von Di Maria auf der Seite, also Colomuani dann eben über den rechten Flügel und Thüram kommt eben rein für Giroud offensiv, da hieß ja eh vor dem Spiel, dass er überlegt, das zu machen, dass halt eben Mbappé zentral spielen kann und das hat er dann auch getan, Thüram geht links raus und Mbappé geht in die Spitze vorne rein. Dennoch bekommt Frankreich jetzt nicht wirklich viel auf die Kette nach den Wechseln, aber sie sind defensiv ein bisschen stabiler und dann kommt halt eben in der 63. Minute der erste Wechsel von Argentinien und auch der einzigste in der regulären Spielzeit, nämlich kommt Acuna für Di Maria, also quasi ein Außenverteidiger, der dann den linken Flügel gibt, also schon so ein bisschen defensiver auf jeden Fall, aber es hat mich auf jeden Fall gewundert, denn Scaloni hat echt extrem oft direkt umgestellt, wenn man geführt hat, auf eine Dreier beziehungsweise dann vor allem eher eine Fünferkette, wo man dann echt viel besser stand und den Wechsel habe ich jetzt nicht so verstanden, ich hätte da eigentlich klar damit gerechnet, dass er jetzt Lissandro Martinez bringt und dann halt einfach auf eine Fünferkette umstellt. Der Gedanke von Scaloni war dann wahrscheinlich, dass man weiterhin so gut anlaufen kann vorne, weil wenn man jetzt hinten einen weiteren Mann hat, dann kann man es nicht so gut, aber ich glaube, im Nachhinein hätte er dann doch lieber einen weiteren Defensivspieler für die Fünferkette reingebracht und dann kamen halt eben in der 71. Spielminute die entscheidenden Wechsel von Frankreich, denn zum einen kommt der Achterkammer Winga auf die Linksverteidigung für Theo Hernandez, hatte sie auch schon im Spiel gegen Tunesien gespielt, der ist nicht so offensiv orientiert und hat dann vor allem für defensive Stabilität gesorgt und dann gibt es eben offensiv eine Umstellung, Kingsley Command kommt für Griezmann und geht dann eben rechts raus auf den Flügel, Colomuani geht in den Sturm und dann hat man quasi einen 4-4-2. Argentinien tätigt dann halt wie gesagt in der regulären Spielzeit keine Wechsel mehr, dementsprechend laufen sie nicht mehr so intensiv vorne an, Frankreich überladet dann oft ihre linke Seite hier mit Thuram, Mbappé, der rauszieht und auch Rabiot und von der Seite resultieren dann eben auch die zwei Tore, die sie noch machen, die sie dann eben letztendlich in die Verlängerung retten. Entscheidend dafür war aber auch vor allem der Fehler von Ota Mendi, der den Ball halt eigentlich einfach klären müsste und ja, er verkackt es halt, verursacht dann den Elfmeter, weil eigentlich war Frankreich nicht im Spiel drin, aber dadurch, durch den Anschlusstreffer, wurden sie reingebracht und haben es dann halt eben auch gut gemacht und es war so ein bisschen unnötig und ich fand auch die letzte Linie von Argentinien stand da viel zu hoch, wenn man betrachtet, dass man 2-0 führt in einem WM-Finale, da muss man einfach ein bisschen sicherer stehen, finde ich, weil dann waren es oft lange Bälle auf Mbappé oder Colomboani, die gut hinter die Kette einstarten können und mit ihrer Schnelligkeit an den argentinischen Verteidigern auch definitiv überlegen sind. Dann ging es halt eben in die Verlängerung und beide waren in offensiven Formationen. Frankreich in dem 4-4-2, das sie so eigentlich nie gespielt haben und dementsprechend viel offensiver ist wie das, was sie kennen und ja Argentinien insofern, dass sie nicht auf eine 5er-Kette gewechselt sind, waren sie dennoch noch in dem 4-4-2 beziehungsweise 4-3-3 mit Acuna halt links und aus dem Grund ist halt eben dieser spannende Schlagabtausch entstanden, in dem wirklich beide Teams 2 oder 3 Tore schießen könnten in der Verlängerung. Ich muss sagen, ich habe wirklich noch nie so eine offensive Verlängerung gesehen von beiden Teams, selbst in der 123. Minute, wo sich normalerweise alle mit dem Elfmeter-Schießen abgefunden haben, gibt es dann noch die Riesenchance von Colomboani gegen Emiliano Martinez und dann halt eben im Gegenzug auch noch den Konter von Argentinien, die dann nochmal vorne die Chance haben, ich glaube mit Lautaro Martinez und dann ist das Spiel eben vorbei, krankes Spiel und es geht ins Elfmeterschießen und Argentinien holt das Ganze für sich, die hatten dann einfach die erfahreneren Spieler auf dem Feld und ja, bei Frankreich haben eher jüngere Leute geschossen und dementsprechend konnte sich Argentinien durchsetzen. Letztendlich muss ich sagen, der Sieg für Argentinien ist meiner Meinung nach auf jeden Fall verdient, klar, es war knapp im Elfmeterschießen, aber ich fand, Argentinien hat sich wieder gut an den Gegner angepasst und es hat auf jeden Fall funktioniert, denn man hat nicht nur gewonnen, sondern war auch meiner Meinung nach spielerisch klar die bessere Mannschaft in dem Spiel und wie ich finde, der verdienende Weltmeister habe ich ja auch in meiner Prognose so vorhergesagt, dass Argentinien Weltmeister wird, auch wenn die Tipps ansonsten jetzt nicht so prägelnd waren, aber beim Turniersieger hatte ich letztendlich recht. Jetzt seid aber ihr gefragt, lasst mich sehr gerne eure Meinung zu dem Spiel wissen, das war wirklich geisteskrank, schreibt mir auch gerne eure Meinung zu meiner Analyse in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!